So, gucken wir uns jetzt noch das neue Jansky-Video an. Lass mal rein und gucken, was Jansky da für eine Trompete zusammengebaut hat. Ich sehe schon wieder U-Lol. Freuen wir mal, Leute, und willkommen zu diesem Video. In der heutigen Folge... Niklas schiebt wieder Leute raus. Er geht auf meine Kaffee, der Chip. Max fährt mit Blätten. Ha, Blätten, ha! Und Nils freut sich. Yes! Blätten, gib Gas! Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ich schieb doch, ich schieb doch. Speed, speed! Irgendjemand muss den... Irgendjemand muss den... Irgendjemand muss den Brems von Kauen. Blätten! Kommt jetzt, kommt jetzt! Du hörst nicht, ouch! Oh, Falls Crash, Falls Crash! Langsam, 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 langsam! Mitte, Mitte, Mitte! Mitte, Mitte, Mitte! Oh! Ich lebe, ich lebe! Sieht halt wie ein normales Brennen aus, würde ich sagen. Ich lebe, ich lebe! Digga, das sind 10 Sekunden! Wie sind das 10 Sekunden? Links, äh, rechts, rechts steht da. Oh! 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 Alter, war es so, ja! Junge, du bremst halt auch... Du bremst halt auch... Du bremst halt auch... Ja, ich hatte auch einen vollidioten vor mir! Hahaha! Fah Juge! Das ist ne Rennstrecke! Digga! Der bremsst! Der bremsst! Der bremsst! Ich krieg's kurz! Fahr halt, dann lass ich dich auf ne Ruhe! Digga! Nein, nein, nein! Hallo! DEDEDEDUM! Jetzt ist Jaro schon dran Langsam Eier, der nicht mehr nimm ich kann Ha 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 Aaaaaaah Okay Das dicken Bump Draft Also vielleicht Boah, das ist so blöd hier Der Gensichtratzocker wahrscheinlich auch ziemlich lustig Fotoalbum von Huben Oh, jetzt geht's ab Ja Hä, wieso? Rechts ist doch noch Platz Der geht auf meine Kappe Shit, 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 shit Hä? Wo kommt der denn her? I'm sorry Eventuell habe ich einen vor der Jace kommen mit dem ausgeschickt auf die Wiese Nein, 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 du bremsst! Nichts! Geht doch noch, was ist los? 23 Sekunden Geht noch Also ich zieh schon ziemlich die Grimassen, muss ich sagen Alter Jansky holt aber auch wirklich die ältesten Dinger raus Junge! Die ältesten Schinken holt Jansky raus, Junge Moment Die guten alten Oh nein, die guten alten Zeiten als man noch Georg! Es ist übrigens nicht Georg Es ist äh Hau ab, du Sau! Nein! Sorry, what is he doing, man? Fuuuuck! Oh! Oh! Nein! Yes! Ja! 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 Es ist äh Gregor Äh Gregor Ja, das war meine erste Begehung Begegnung mit ähm Gregor Das war richtig reingesindet Sorry, my man So MAAANN Komm, Porsche Hahaha Okay Nach Nils kommt Nils Was hat Nils eigentlich da für ne waiterbare Behaarung im Gesicht? Ja, врhtgeld ihr Vorregen ihr Voi! Komm, Porsche Hahaha Neeeein Henhh peleins Oh klar Man! Der Ton, Jonas der Ton hat mich vergdon ap Heiii Der Verwalter... Bei Krodonass denkt man grade so Wo ist der Fliesentisch? Fliesentisch, mein Lieber! Wo befindet sich der Fliesentisch in deiner Bude? Ha! Die guten alten Studentenzeiten, Junge. Wie geil, Alter! Das ist richtig alt. Du, Niklas, hat's nicht gereicht für ne Kamera, wo du auch komplett drinne bist? Oder müssen wir jetzt den Monitor sehen? Ach, scheiße, Mann. Ich hatte die Meldung im Spiel bekommen. Nein! Boah, Alter, wie... Was ist das denn für alte Ficken? Guck dir mal Marvix an, Junge! Ja! Nein! Nein! 52 Minuten remaining. Ja, 85... 58... 85... 85... Okay! 85... Ja... Ja, ja, ja... 85... No. Bin ich zu schnell gewesen? Ich habe die Linie nicht gesehen. Nein! Ach nee. Verkackt. Johnny? Mabix? SG30? Porsche? SG30? SG30? My mind is gone now. I can't feel it. German is now gone. Mabix stop and go. Penalty. Oh! Was ist das denn bitte für ne... Die Unterhaltung ist ja richtig geil, Alter. Oh, oh! Okay. Push, push, push. Jetzt das Bild 2 realistisch. You can drive 1.59 irgendwas, ne? Ist scheißegal, ob da hinten... No cut, no cut! Das ist so schön, Mann. Das ist so, so unglaublich toll, dass sie sich so unterhalten. Und ich meine das nicht mehr auf ne witzige Art und Weise, sondern weil sie beide irgendwie ne Sprachbarriere haben und es trotzdem irgendwie hinkriegen. Heißt du, dass Interviews auf Englisch? Oh nein. Williams SG30? Really? Yeah. Williams, stop and go. Holy shit. Ja, okay. Let's go, Johnny! Ja, let's go! Dude! Soll das schön sein oder auf Englisch? F***ing go! Er redet aber so schnell, ich verstehe kein Wort. Ich verstehe gar nichts. Wie kann man so schnell reden? Ich verstehe das nicht. Wie fühlst du dich, wenn du diesen Ferrari auf den Bathurst-Race-Circuit fährst? Johnny? Sind du bereit für die Bathurst-Race-Circuit? Ja, ja! Ich freue mich, wie es geht für dich in ein paar Monate. Ja, danke. In Deutschland, wir sagen Wiederschauen und Reingehauen. Okay, was kommt am Ende? Jernski, komm. Wo kam der denn jetzt her? Was? The fuck, Boris? Wie, wo kam der jetzt her? Wo kam denn der jetzt her? Du, weiß keiner, wo der her kam, aber auf jeden Fall war er da, Boris. Der kam aus dem Nichts, Junge. Aus dem, äh, wie sagt man, ähm, hier. Lichtschatten wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn der Kack? Windschatten? Hohen Winkel. Oh, Jernski. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Sendung, h 먹고, rund um hin.